und wunderschönen guten Morgen da jetzt gleich mal in die dritte Runde alle guten Dinge sind drei sozusagen die Entscheidung ja, jetzt auch extended gleich 10 Minuten und nicht nur 5 pro Map ich werd den guten Meet jetzt zerfetzen obwohl ich gerade noch scheiße müde bin erster Punkt für mich ich hasse dich dich abgrundtief das hast du noch mit Absicht gemacht um mich leiden zu sehen und nachdem die 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 sind müssen das zweite Mal das wo es passiert, wenn ich gegen die Spieler ich stehe, ich stehe Kilometer von dieser scheiß Game or entfernt und du tötest mich denn auch noch und du tötest mich denn auch noch dir tauchst du dann immer das Impresse du tauchst mir jetzt so schnell auf die andere Waffen wahrscheinlich bist du jetzt wieder dick am Campen was ist das Spiel nur unnötig in die Länge zieht, weil du dich nicht bewegen kannst aber ich hör schon drauf auf dich schießt gut 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 wo bist du jetzt denn kannst mir nicht hinkommen auch wenn du jetzt gar nicht mit zwei Kids führst eigentlich auch nur mit einem wenn deine Game Wars nicht so einen hohen Schaden hätten und auch so eine hohe Reichweite umkreis das weiß ich nicht was das weiß ich nicht was na 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 das kann die Kinder verletzen wenn du hier eine Band Kanate hinwirfst ich hab doch auf die Wand geschossen ich hab doch gesehen dass du dahinter stehst gut jetzt aber jetzt vielleicht sollte ich dich nur noch messern war ich euch ja schon letztens nicht so erfolgreich damit tja kannst ja versuchen ich glaub warum nicht dass du erfolgreich wirst Laufschlampe also du weißt dass du sterben wirst du weißt dass du sterben wirst was du bist ein ver-fickter ninja ja du bist ein ver-fickter Ninjas ich bin überall, und ich bin nirgends so. Und manchmal auch zur gleichen Zeit. Und manchmal hintereinander. Du greifst mich von der Seite an. Ich hab da doch gerade gesehen, wie jemand auch mit geschossen hat. Nee, ich hab's jetzt nicht geschossen. Auch komm, jetzt geht es um einen Tipp, wo du bist. Mach's dir auch nur einfach, du hast eine schwerere Waffe. Ah, und jetzt hast du meine Waffe geklaut. Warum treffe ich dich heute nicht? Gott! Ist die jetzt Linie oder so? Ja. Das ist ein richtiger, mit Karate-Erfahrungen, was man gesehen wird. Aber sicher, ich bin Karate-Kid. Ja, das glaub ich dir auch. Du bist der Landlord aus Konkurse. Mit der coolen geheimen Wackelpudding-Technik. Weiß ich wie heißt. Das ist doch gerade auch nicht geschossen. Voll in dein Arschloch, Wixler. Ich hätt' dir nicht gesehen, wie du aus dem Ganzen gesprungen bist. Ja. Ich hab' dir nicht gesehen, wie du aus dem Ganzen gesprungen bist. Das ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Doch, ist es. Traurig aber wahr. 10 zu 6. Lass dich doch hier jetzt die entscheidende Runde gewinnen. Wo bist du? Wo bist du? Ich kann's dir auch sagen, mitten auf der Straße. Okay. Diaz. Dann schlug. 00. 9 00. 11 0 0 0 Durch die Band. Durch die Band. Du dreckiges Stück Fleisch. ist was ist schon wieder das ist auch nicht zu besseres zu tun das war es nur und schon wieder durch die Wand hol auf wenn ich mich durch die Wand droht Wasser und ich bin der Todmacher fick dich fick dich doch weg wo bist du hin weißt du dass du noch in dem Haus bist ja auch nicht das hast du verdient voll in die Fresse auch wieder nur noch einen Kill um aufzuholen ich sehe dich ja irgendwie nie ist Marathonläufer oder nee wie bist du nicht so schnell normalerweise müsstest du ja gleich irgendwo ganz anders spawnen ich glaub's nicht spawnen wir eigentlich nicht so naheinander ich weiß nicht das hab ich einfach mal eingestellt du bist du jetzt allein ich finde sie ziemlich über die ganze Map gelaufen oh fick dich doch und gleich ein richtig dreckiges Lachen zu hören wenn ich es schaffe dich umzubringen also wo bist du Wichser ach ja komm wo bist du Arne ich stell mich auf die Straße ich will jetzt die Möglichkeit haben dich hey lutsch doch mein Penis man jetzt wirst du nur noch besser wenn du dich auf auf offene Straße stellst ich muss von hinten kommen um sich zu erlegen das Spiel ist für mich gelaufen fick dich doch ha 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 tja dafür habe ich das Geimidentität verraten ok ha 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 ha